wir gucken uns das erste video an und zwar ist das saftiger hugo mit ihr suchtberater ihres vertrauens heute spielen wir wieder eine runde fifa 19 was läuft was läuft willkommen zum nächsten schreibt mir in die kommentare fifa 21 spielt 22 22 was autofans spaß macht bringt anwohner um den schlaf also etwa so sind die dann so viel wert oder wie heißt was bedeutet das lmrp und so das sind mannschaften auf jeden fall ja genau das sind mannschaften hast du jemals schon mal spielzeug mit deiner freundin benutzt also allgemein mit deiner freundin nicht jetzt mit deiner jetzigen sondern allgemein allgemein okay okay das ist ja witzig ja wie ist das bei dir wie ist das bei dir medie ist es ja jetzt erst mal gefragt ich will das eigentlich gar nicht jetzt beantworten ich gebe das jetzt mal weiter ich enthalte mich meistens bei sowas ganz entspannt ich wohne jetzt 20 minuten mit der bahn gibt jemand raus der hat die ganze zeit gewartet das sieht aber knaffig hier also das sieht schon sieht schon schick aus was man so sieht hier ist es halt echt nicht optimal mit dem licht aber das licht eigentlich von hinten kommt da geht es mal so macht auch der was war das ich wollte nicht du ja 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 wollte das wirklich Ich würde es mal probieren, soll ich mal machen? Oh, beide down. Sollen wir gleichzeitig machen? Ja, sehr gerne. Ich würde mich abrollen. Okay, dann machen Sie. Okay. Es ist genau dasselbe da. Man kann ihn gar nicht sehen. Okay, ich sag euch wieder, welche Spieler kommen. Ich bin mittlerweile drin, ich habe schon viele Packs geöffnet. Letztes Jahr und auch dieses Jahr. Frankreich, LV, Bayern ist Hernandez. So schlecht, noch nie von ihm gehört. Es spielt sogar bei Bayern. Gab es die letztes Jahr schon? Wie ist das Wetter bei dir? Keine Ahnung. Weiß ich seit FIFA Release nicht mehr. Walkout? Oh, wie ist das? Wollen wir da? Ich kann ihn nicht. Was war das? Was war das? Warum schießt du nicht einfach? Torwart kommt nicht raus. Ich täusche bei links und rechts an. Ich habe heute den Chat mit dabei. Oder? Lass mich gucken. Ist es der Chat? Ah! Darf ich dir eine kurze Frage stellen? Ehm, und zwar, also private Frage. Ja. Ob du mir eine Nummer geben kannst auf WhatsApp? Na ja, klar. Okay. Gehen wir nachher. Ich hab noch nie jemanden meine Nummer so gegeben, ne? Soll ich eurem Sohn. Du gibst die aber nicht weiter, Ferdinand. Du kannst richtig umgeben, richtig flexen, flexen, flexen. Medic, ich brauch ein Doktor und ein Oberarzt. Für den abgep***ten Zocker namens Olaf Schaaf. Ey, der Typ, der hat mies Probleme. Nicht nur Schizophrenen, auch ein Mikro-Pickness. Und wer hier dein Kopf fehlt, ist Marcel Ehres. Innen Lambo, in Farbe von seinen Zähnen. Ich werd jetzt hier noch mal die Wassermalone testen. Der Geruch wirkt relativ natürlich. Ööö, was? Äh, Dicker. Ich hab mir jetzt grad 95er Maradona für die Bank gekauft, damit ich wieder Erster bin. Aber Höhe geht nicht. Maradona, Messi, Ronaldo auf der Bank. Zu wichtig. Nur mal kurz ein Verständnis. Du hast jetzt 2,5 Millionen oder so für ein Bankspiel ausgegeben, nur damit du wieder ganz oben bist in der Liste. Ich bin ganz oben. Ich bin hier, der am wenigsten Süchtige ist. Das hier, dieses Geräusch, erinnert mich immer an Fisch und Frenzy. Auch Merkur auf dem Vierer. Zehn Linien. Wenn der sch*** Agner reingekommen ist, kam das auch immer. Ding, ding. Wer hat da immer nur die 40 Euro Fische gegangen, der Sohn. Könnt ihr auch selber von mir gut vorstellen, dass ich irgendwann mal Suchtberater werde und anderen Leuten helfe. Liebe Leute, ich habe natürlich heute gute Unterstützung dabei, denn alleine würde ich das natürlich niemals hinbekommen, ein gutes Gericht zu kochen. Deswegen sind wir nur eingeladen worden, damit wir kochen. Ja, natürlich, für was denn sonst? Willst du den Entzüge? Ja. Okay, Elena, bitte nicht aufs Mic. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Mach es in die Richtung. Entzwirbelt den Tornado. Was, Bruder? Am Ende des Tages ist immer alles Geschmackssache. Ich finde es so nice, dass er die Hose trägt, weil ich zum Beispiel, selbst wenn ich die Hose feiern würde, würde ich die niemals in meinem Leben kaufen und tragen. Würde ich mich nicht trauen. Wow, clean, Mann. F*** er den an? Elvis Presley! Wow! Das ist er doch! Geil, ein was? Santa Claus, schreiben die Leute! Graffiti-Film vom Paradox zwischen Lebensgefahr und Spiro... Spiro... Spiri... Ich denke, kann ich das Wort wieder nicht aussprengen. Spiritualität. So. Vielleicht ja... Wegen meinem ersten Video. Das heißt, wegen meines ersten Videos. Micdrop-Satz grammatikalisch falsch. Hehehe. Und ich kenne zwei Kandidaten, die straight up sich da dazugelegt hätten. Aber 100 Prozent. Da fallen mir sofort zwei Kandidaten ein, die sich da auch gesehen hätten, auf dem Plätzchen da. Schaut gern bei einem satten Hugo vorbei. Ding, ding. Ding! Vielen Dank.